Musik Hallo und herzlich willkommen zu diesem Top 5 Faktenvideo über die Daisy Standalone. Los geht's! Fakt Nummer 1. Die Daisy Standalone ist im Dezember zwei Jahre in der Alpha. Schafft auch nicht jeder. Fakt Nummer 2. Ursprünglich war Daisy eine Modifikation für Arma 2, wurde dann aber später als Standalone herausgebracht. Fakt Nummer 3. Am ersten Verkaufstag verkaufte sich Daisy Standalone über 170.000 Mal und im ersten Monat sogar über eine Million Mal. Vierter Fakt. In der Spielwelt von Daisy Standalone kann man mehrere Public Domain Bücher finden und auch lesen. Dabei sind zum Beispiel der Krieg der Welten oder auch Morbidik. Und der letzte und fünfte Fakt. Die Daisy Standalone Map Tschernarus bzw. Tschernarusland ist 225 Quadratkilometer groß und auf ihr gibt es ca. 100 Quadratkilometer Wald, 350 Kilometer Straßen, 50 Siedlungen und über 100 Millionen 3D-Objekte. So, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao! Ciao!